WOOOOOO 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 Jo, hi und willkommen, mein Name ist Daniel R.P. Und mein Name ist Metal Mario Master Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3 Ja, was ist denn beim letzten Mal passiert? Wir waren auf dem Piratenstiff und haben ein Hai kaputt gehauen Yeah, Hai er kaputt gehauen Ja, und wir sind einfach hier Ja, wir haben uns mal eben gedacht Wir bringen mal die ganzen Geister und gewählen mal in die Galerie Und dabei ist uns noch ein Geldgeister vor Vor die Linse gegangen Ja, sagt man das so? Ja Ja Wir müssen in die 13. Etage Ja Ja, wir sollten aufbrechen Machen wir Haha Wow Also hier kommen wir Ja Die glücklichste aller Etagen Nein Doch Nein, 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 die wird ruhig war Ja Das Geld Das Geld Und Also Fitnessbereich Keine Keines Gutes Leiden Jetzt Warum das so schlecht ist Warum? Weil dann müssen wir was tun Eine Flieger von meiner Nasse Ich sauge sie ein Halt still Ich hab mal Spaß Ja So Hier sind wir Alter Heiler Ja 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 Na Ich würde sie bitte mal auch draufstellen oder auch darauf holds aufgenommen in handel Wart wir haben das erste gewähl irgendwie kommen wir nicht mehr okay verbunden ich bin gerade angegangen wie in hohe mal 300 musik perfekt für den trainingsraum geeignet ist das sollten wir uns merken da oben sind auch münzen ich habe sie runter geholt los macht mülleimer kaputt was mülleimer kaputt gemacht so weitergehen da sind die neuen kommen jetzt öfter geld irgendwas war war mit diesem tisch moment das ist das hier hier ist ein ganz mieses geheimnis drücken auf die klingel jetzt müssen wir warten am besten irgendwann klingelt es nämlich das habe ich noch gemacht was ist das denn hier für ein service ich glaube wir müssen wegdrehen ich habe mal so gut jetzt nicht mehr ja und wie war dein tag so naja naja ich kann nicht klagen ich weiß dass da auf jeden fall was erscheinen wenn man darauf drückt wir sollten mal weitergehen ich habe gedacht da war was da 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 war aber in meinem war mehr drin mehr waren wir drin das war in meinem drin da war natürlich habe ich recht wir sollten weitergehen da ich glaube ich glaube nicht dass es möglich ist aber ich will jetzt erst mal ich will ich will pflanze kaputt machen was mich pflanze kaputt machen ich habe pflanze kaputt gemacht dasPräger was auch das glaube wir sollten mal durch gucken das war bauch und da unten siehst du das was ich sehe wo kommt ihr denn her aber du hast gesehen was er hatte den habe ich das tisch meine mütze abziehen ich werde wenn sie das absolut schickte wert und hier schreiben ich glaube wir haben wir haben gestört da würde ich in die kleinen wir wissen wo wir gehen müssen müssen irgendwie den pool kommen aber erst mal alles kaputt machen wir verschlossen ich nehme so auf bis zu weit nach oben kommen sie nicht an dem den lässt alles zerstören musste und ich puste die ganzen häuser wechseln blende die ratten sollten du sollst die ratten blenden da sind noch welche ich schaue ich sie nach oben alle ratten müssen sterben wir kommen ja auch wieder greifen ja da ist noch eine gemacht ich weiß nicht da ist noch eine da ist sie bringen sie um alle äußere mäuse im unklein erledigt siehst du ich ich bin uns reichtum weggeflogen ich habe box und schuhe leben ich habe einen ball daneben aber was nun äh da ich versperrt du bist du bist so der schützt sich ich weiß wie wir sie besiegen müssen wir müssen dafür sorgen dass der denn schild recht auf dem anderen das auf die bierne wirft damit vertreten noch ganz im schütten wenn ich habe eine hand zu nehmen die gegen die wir werden es zu mir daran dass das ist glaube ich und bei der warte im spiegel habe ich sehe nicht im ding ist ja ich habe wohl wir hatten die beide ich weiß was von mir vorging die lampen ja ich glaube wir haben ich glaube wir haben das fitness studio kopf gemacht so ein bisschen ja auch ein bisschen haben wir das kaputt gemacht und dann kommen spinnen runter deine größten erzfeinde da ist noch eine übrig und ich auch meine seite hier ist auch noch ein gewählt war das gerade synchron hat irgendwie funktioniert weiß nicht wieso noch ein klo und beantworten müssen ich meine sein waschbecken du hast mich umgebracht warum hast du das gemacht wir sind schon wieder verwehrt das ist wasser aber ein tropfen wasser der hoffentlich verflogen ist bei was aber die regler stelle ich mal drauf haben wir weiter unter und also tut man sie zu der es gibt ja auf jeden fall noch ein juwel mehr geld und weil ich meine wir haben noch nicht genug davon was im spiegel auf linken seite ja natürlich ich hab doch gesagt sagt dass wir hier ein juwel finden ja wir können weitergehen gehen weiter sie mal an was das hier ist das ist ein trainingsraum hatten wir hier nicht irgendwie am telefon gehört ja auf kanal drei wasser wasser ein schlimmster erstbein 1 2 hast du das guck dir das an was ist da los er hat wohl am laufband ein paar probleme gehabt schnapp du dir den anderen nicht mit denen hier nach der eine ist weg geld man kann niemals genug geld haben stein dann hier man kann niemals genug geld haben sie mal an dem anderen teil und laufen ein bisschen ich doch nicht loslauf kann sich da einfach aufstellen immer oder nee warte da da nicht da unten kannst du irgendwie so komisch keine ahnung ok ja ja lauf 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 ja ein bürger das ist aber eine gute motivation wenn ich auf so ein ding hinstellt was einfach so ein typ der die ganze zeit hinterher sind somit messer am besten für mich wäre das keine gute motivation bin ich doch auch nicht er muss ja irgendwie so sein so eine ange ja und dann noch so damit beden doch mit schlüssel ich bringe um mülleimer ja ich bin so uns mal in anderen räumen umsehen vielleicht finden wir da was mit mir oder hm Hallo? Oder? Hm. Bonk. Donk. Oh, 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 oh. Ähm, das war schon so schlecht. Das ist die Sau da. Hm. Hm, hm. Wo ist der letzte Schlüssel? Ach so, ja. Wir sollen noch mal unsere Rezeption melden. Lück mal ein paar mal drauf. Da! Da wusste ich's doch! Da ist jemand! Ja, ja. Auf geht's! Aui! Okay, wir sollten weitergehen. wir müssen irgendwie ein schlüssel finden irgendwo muss doch was sein das geld das geld ein geld muss eingesammelt werden irgendwo muss da ihren schlüssel sein bestimmt ja bestimmt wie soll man denn sonst weiterkommen um oh 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 warte moment andere richtung richtung welcher fußt oder aha ich meine nicht hat die schüssel abgenommen nein nicht der raum was wird hier gemacht hier siehst du die poster an der wand müssen versuchen die genau so zu machen wie auf dem poster das funktioniert nämlich dann so wir müssen nämlich die teppiche so verlegen ich hätte am anfang einfach nicht verstanden ich wusste nicht was ich machen musste aber ich weiß jetzt der untere oder der andere Oh Yeah das wasser ich kann dir nicht helfen kann ich sehen im dunkeln also ich lege nicht unter höhen aber ich glaube wäre wenn ich das machen müsste würde ich würde ich auch so reagieren und da war irgendwie im fenster ist da nicht einfach durchgehen können was ist wirklich im spiegel das habe ich auch gesehen auch die gäste überall ja das ist extrem yoga nur für extreme geld liebe geld liebst du auch geld wir sind mr krebs bist du auch mr krebs ich glaube nicht wir sollten weitergehen weil wir haben einen schlüssel ich weiß ich gehe einfach weg du kannst die geister nicht sehen nicht nur deswegen also sonst genau erst mal das hier weg machen damit wir hier eine abkürzung haben vor allen dingen soll das mal was gegen den dampf hier machen aber du sollst voll wasserverschwendung nicht nur das dampft hier auch ein bisschen sie gar nicht da wir müssen sie sterben wasser verschwendet haben ich bin auf deiner seite bei dem man hier einsaugen den kopf wenn ich er habe ihn habe ich auch nicht drauf und auf dich und noch auf dich haben wir alle nähe einer fehlt noch ich habe gerade gesehen da ist noch einer dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn wir uns durch den fitnessraum hier kämpfen Bis dann. Tschau.